Sigmar Gabriel, den wir später in der Sendung sehen. Und jetzt gehe ich ein bisschen zur Seite, um nicht beim Telefonieren zu stören und kündige musikalische Superstars an. Seit den 80er Jahren aus unser aller Ohr und Herz nicht mehr wegzudenken. Da hat es begonnen damals, Take On Me, Sie werden sich daran erinnern. Musik aus Norwegen, die allerdings weltumspannend wirkt. Heute sind Sie bei uns in Berlin. Herzlich willkommen, AHA! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 See, there is something I know We are not who we're told, we are More than we'll ever know And we're living at the end of the world Forget about all that you've heard We're living our dreams on the highway It's just another day No matter what they say Oh, you've heard We're living up top of the world We're living our dreams on the highway No matter what they say No matter what they say It's just another day I hear your heartbeat in the night You're like an echo of light But in times where shadow runs deep Your golden beauty goes cheap Still there is something I know There's something yet to unfold And we're living our dreams on the road And we're living at the end of the world And we're living at the end of the world Forget about all that you've heard We're living our dreams on the road Living our dreams on the highway It's just another day No matter what they say Oh, you've heard We've made it to the top of the world Building up speed on the highway Building up speed on the highway Yeah We're living at the end We're living at the end of the world We're living at the end of the world Forget about all that you've heard No matter what they say No matter what they say We're living at the end of the world We're living at the end of the world Forget about all that you've heard Building up speed on the highway Yeah We're living at the end of the world Aha, vielen herzlichen Dank Good to have you Schön, dass ihr mit dabei seid Und ein Herz für Kinder auf diese Art und Weise unterstützt 0 1 8 0 2 Ich weiß, ich nerve, aber da geh ich durch heute 0 1 8 0 2 10 10 10 oder online Und wenn grad überlastet ist, bitte weiter probieren Wir brauchen Ihre Unterstützung Wir möchten, dass Sie mithelfen zu helfen Wir möchten, dass Sie mithelfen zu helfen Where to happen? I'm going to be démarr Colonel 4